Herzlich Willkommen zurück zu VOTLIVE. Ich bin Keule, wir fahren ein bisschen mit dem Panzer 4H, um die Zeit immer wieder rauszunehmen, denn der ist mir eigentlich mal so ins Herz gewachsen, ich habe ihn jetzt recht lange liegen lassen, bin sowieso im Allgemeinen recht wenig zum Fahren gekommen und jetzt ist es Zeit, dass wir den wieder mal ein bisschen entstauen. So, wir sind auf Minen gelandet, in einem Begegnungsgefechtsstufe 5 bis 4. Das ist in der Tat sehr, sehr selten. Da ist er daneben gegen. Chi-He ist offen. Okay, der ist gezogen, nimmt hier jemand raus. Bitte, bitte, bitte. Okay, mache ich. Tschüss. Da zieh mal hin. Okay, der getroffen. Nächster bitte. Keiner eine Chance. Okay, nehme ich wieder. Ähm, Leopard. Okay. Ein Treffer. Ah, schade. Aber wir werden weiter über diese kleine Insel hier drücken. Das macht immer sehr viel Spaß. Ah, verdammt. Dürfte aufgegangen sein. Ja. Bleib schön da stehen, 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 stehen bleiben. Gelbter Treffer. Einmal noch. Und Tschüss. So, wir sind offen für die Artillerie. Und wir fanden uns einen Panzer 4D. Daneben, verdammt. Hat nicht die Maschinenkanone drauf. Wenn wir die Artillerie da mal reinholzen können, dann wäre das echt super. Glück gehabt. Also richtig Glück gehabt. Müssen wir zu gehen. Okay, 4D ist zu. Komm, einmal noch. Leider nur vorn getroffen. Komm, zeig dich noch mal. Tatsächlich daneben. Ist ja unverschämt. So. Okay, wenn wir sie nicht wollen. Da ist die Artillerie noch mal. Das dürfte auch die leichte Felderie zum Beispiel sein. Und wenn es die da drüben gibt. Ne, doch nicht. Egal, wir fahren außen rum. 1 zu 4 steht es. Läuft eh schon gut. Warten wir noch. Ging da echt daneben? So, eine Schweinerei. Dann eben jetzt. Tschüss. So, Artillerie ist noch mal daneben. Da noch mal. Wird für uns. Wir wechseln quasi in den Nahkampf. Wir gehen alle daneben in Folge. Keine Chance. So, 3 Kills haben wir gemacht. 817 Schaden haben wir ausgeteilt. Das ist ein bisschen wenig. Ist aber relativ wurscht. Wir haben noch 3 mal Artillerie für uns. Die werden wir von rechts aufmischen. Na, das macht der Panzer 3J von rechts. Okay, wir fahren direkt durch die Mitte. Einmal Artillerie halten wir locker aus. Vielleicht noch einen zweiten Schuss. Beim dritten bin ich mir nicht so sicher. Doch, ist eine leichte Felderpitze dabei. Haben wir schon richtig gesehen. Da ist die A-Mix. Die kriegen wir nicht. Da ist eine. Und war da. Wir sehen, ob Pascucci mit der hier läuft oder nicht. Da ist die andere. Ne, nur ein Treffer. Und Schuss. Pascucci ist drin. Sehr schön. 1098 Schaden. Team hat recht gut mitgespielt. Kein Grund, mich hier nochmal zu beschießen. Danke sehr. Mal sehen, was die Auswertung dazu sagt. Dürfte wohl ein 1er sein vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Ein M ist es nicht. Da brauche ich 1200 Schaden mindestens. Und ein reines Firmware-Gefecht. Ansonsten gibt es da nichts. So, ein 1er. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Reicht aber. So, 1, 2, 3, 4, 5 Kills. Pass gut, ich mir daher. 1098 Schaden insgesamt. 994 Bass XP. Ich nehme knapp 30.000 Eilen am Ende. 18 Schüsse haben abgegeben. 10 haben getroffen. 10 durchschlagen. Ah, Stufe 54. Wenn man trifft, dann läuft es auch. Nochmal, weil gefragt wurde. Ja, mein Kommandant heißt Otto Karius. Vom Panzer 4H. Obwohl der Otto Karius nie Panzer 4H gefahren ist. Bitte Leute. Ich wollte den einfach so nennen. Lasst mich doch. Ist doch nicht schlimm. Für alle, die es gefallen hat, bitte fleißig draufklicken. Like da lassen, Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleib bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.